Wir haben alle Dokumente von unserer Seite aus an Core gesendet, alle unsere Skripte, alle unsere Smart Contracts, um auch SSD auf Core zu launchen. Da habe ich gerade heute mit Daniel Simic noch mal ein sehr spannendes Gespräch geführt, das hier auch noch mal einiges an Potenzial ist. Also hier ist von unserer Seite aus eigentlich auch schon alles getan. Wir müssen da einfach noch mal warten, wie das dementsprechend auch abläuft. Ich kann es aber wirklich sagen, ich wollte heute schon vor 20 Uhr eine Information haben, ob die Jungs nächste Woche in den Call kommen. Also alles rund um Michael Lubscher, das ganze Team, rund um Occhi Lubscher und so weiter, Rastislav und alle. Die Antworten gerade sehr sporadisch oder gehen nur sehr kurz oder meistens ein bisschen Anruf in Abwesenheit, ein bisschen verspätet an ihr Telefon dran. Es ist ein bisschen schwer, die gerade zu erreichen, aber ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen beruhigen, um dementsprechend da auch weiter nachhaken zu können. Und noch mal ganz klar gesagt, sie haben heute noch mal davon gesprochen, die haben jetzt nicht neun Jahre oder zehn Jahre lang was aufgebaut, um da die Exchange die ganze Zeit in der Alpha-Phase zu lassen, kein Marketing zu machen oder selbst Volumen hinzuzufügen oder Liquidität hinzuzufügen. Sondern ganz im Gegenteil, sie haben große Marketing-Schritte geplant. Sie haben Großes geplant für das Projekt und den Token und den Coin und alles. Sie werden vermutlich im Q4 Lunar Mesh launchen und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Aber auch ich habe es ganz klar von meiner Seite aus gesagt, ich hätte mir einen größeren Launch erwartet. Ich hätte mir mehr Knall, mehr Aufmerksamkeit des Launches erwartet. Bin da gar nicht so zufrieden, um da ganz ehrlich zu sein. Aber sie haben gesagt, ja, abwarten, abgerechnet wird zum Schluss. Und das wollte ich euch einfach hier nochmal mit auf den Weg geben, liebe Community. Aber nächste Woche im Update-Call wollen wir, wenn die Jungs nicht da sind, gerne auch über SSD reden. Wir haben sehr, sehr viele Punkte rein über SSD. Heute war es mir aber wichtig, dem ganzen Call, dem Core-Token und dem Core-Launch zu widmen.